Einige unterschlagene Bruchstücke. Schönheit ist nichts anderes, als die Attrahierungs- und Regierensanziehungspotenz, die ausgetestet wird und die es möglich macht, die Erwartung zu haben, dass da genügend Dienstleistungen angeliefert werden, frei Haus, eben Obbegehrens, Angezogenheit, Dienstbarkeiten, Gaben, Hilfsleistungen, Zureichungen, Beförderungen, Handreichungen und andere hervorgestreckte Aktionen, die alle Akren und alle Tentakel und alle Pseudo- und Plasmokodien eines angezogenen, erregten, hinzueilenden Plasmoids antreiben sollen, der ausgetestet werden muss, wie ausdauernd, wie begehrlich, wie heftig, sprich, wie ernsthaft, der das meint, damit das ein wenig länger hielte als nur eine Nacht und einen Tag.